Baki? Ja. Wir sind in der Zone, ja? Okay. Wetter übers Feld. Ja, lassen fahren, lassen fahren. Vielleicht ist der rausgelaufen, durchgelaufen und in das andere rote Compound Richtung 150 hoch. Da läuft einer übers Feld. Hat sich hingelegt. Wo, wo, wo? Genau, ja. Triffst du? Oder brauchst du Hilfe? Tot, keiner. Vom Buttfuckboy-Haus laufen zwei geradeaus. Ah, seh's. Aber da kann ich nicht schießen. Den seh ich von hier gar nicht. Der ist schon unten. Also auf meiner Seite hier sieht es ziemlich clear aus. Ich glaube, hier können wir laufen. Aber ich muss doch noch meinen Loot holen. Nee, leider. Liegt da einer? Oh. Alter Gommi, ey. Kannst doch nicht einfach in meine Richtung laufen kommen. So. Da liegt einer! Ja, ist ja gut. Ey! Mein Loot! Junge! Der einzige der da hinschießen kann aus der Entfernung. Naja, nee. Ich seh halt den Loot nicht. So. Jetzt hab ich doppelten Loot. Komm. Leute, wir müssen auch loslaufen. Das ist ja sonst echt knapp mit der Zeit. Die da jetzt hin. Da willst du aber nicht hin. Ich seh noch nix. Jetzt wo ich bin. Da willst du nicht hin. Das ist nur noch ne Wiese, Domi. Ah! Ich werd beschossen. Ach, wart. Ah, da steht einer an der Mauer. Ah! Hilfe! Freunde! Friede! Oh, die pushen mich! Hilfe! Hilfe! Da kommen ja mehrere. Haha! Ja, ach! Nein, ich hab einen ausgenaukt. Hilfe! 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 Oh, Mann! Hilfe! Oh, Mann! Ja, doch. Man, ich hab einen Backfabend von dir auf dich an zu dream, H tougher chance stosately.